Die Werkself zurück in Leverkusen-Bayern, nach dem Trainingslager wieder in der Heimat. Eine Vorbereitung, in der die Ansprüche gewachsen sind. Wir werden jetzt nicht die Bundesliga starten, um Mittelmaß zu sein. Wir haben Ansprüche. Wir wollen auf jeden Fall mitkicken, mitmischen. Und bei allem Respekt auch gegenüber jedem anderen Verein der Bundesliga starten. Wenn nicht sogar die Rückgründe wird, dann am Ende entscheiden. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Einfach wird es nicht, aber mitmischen können wir. Das will man national und international in der Liga, Platz 4 der Vorsaison mindestens bestätigen. Im Pokal weiterkommen als ins Achtelfinale. Und dann ist da ja auch noch die Champions League. Wissen Sie, wenn wir jetzt alles preisgeben würden, worauf wir fixiert sind und was wir. Fakt ist, das ist kein Geheimnis. Wir wollen Fußball spielen. Wir versuchen in jeder Situation das Optimale rauszuholen, einen optimalen Pass zu spielen, um unseren Mitspielern das so einfach wie möglich zu machen. Und mit der Zeit kriegen wir das auch sehr, sehr gut hin. Aber im Vordergrund steht einfach, sich nicht zu verletzen und in den sechs Wochen noch oder noch drei Wochen fit zu werden. Bayer geht, was die eigenen Ansprüche angeht, in die vollen und das in drei Wettbewerben.